Eine Botschaft der feinstofflichen Lichtwesen, die sich in den lichtvollen Dimensionen unter der Oberfläche unserer Erde befinden, also im Inneren der Erde. Es wird Zeit, dass wir zueinander finden. Heilende Durchsage zur Portalöffnung. Wir grüßen euch, ihr Lieben, und überbringen euch Informationen aus unseren Räumen und Dimensionen des Lichts. Licht, wie wundervoll das klingt. Das Licht in unseren Dimensionen ähnelt dem Licht der kosmischen Welt. Das Licht aus beiden Welten vermischt sich miteinander. Die Grenzen und Barrieren fallen. Die Tore zur Welt des Kosmos, zur Welt der kosmischen Wesen und zu euch Menschen haben sich geöffnet. Auch wenn für uns die menschliche Zeitmessung keine Rolle spielt, sind wir doch überglücklich, dass das Innere der Erde sich nun mit der äußeren Welt der Erde verbindet. Wir sind überglücklich, euch Frequenzen der Freude und des heiteren Vergnügtseins über die neue gemeinsame Zukunft bringen zu dürfen. Wir spüren in uns die Kraft und haben jetzt auch die Möglichkeit, der menschlichen Gemeinschaft unsere Informationen und Frequenzen mitzugeben. Diese Informationen und Frequenzen werden die menschliche Gemeinschaft stärken und euch beim Heilungsprozess helfen. Die ganze Schöpfung an der Oberfläche, die Tiere, Pflanzen und alle Naturwesen werden durch diese Informationen unterstützt. Wir überbringen euch lichtvolle Frequenzen der Liebe. Alles wird wieder heil, alles wird komplett, alles verbindet sich und wird zum dem Ganzen aus dem früher alles Bestand. Es formt sich zurück zu seiner ursprünglichen Gestalt. Die Dimensionen und Räume verbinden sich und fangen an, Welten zu erschaffen, die sich innerhalb und außerhalb eures heiligen Herzensraums befinden. Im Zustand der göttlichen Ordnung ist alles verbunden. Alles ist eins. Unsere Existenz bringt euch Wellen und Codes der Liebe und des Lichts. Unsere Existenz verbindet euch mit den Informationen der menschlichen Chronik, die ihr immer noch im Außen sucht, obwohl ihr sie in euren Herzensräumen trägt. Unsere Existenz aktivierte Zugang zu diesen Chroniken, damit ihr sie überall findet, wie oben, so unten, wie innen, so außen. Unsere Existenz hilft euch, euch erfolgreich ans Ziel eurer ersehnten Zukunft zu bringen. Wir verbinden euch mit den Kristallen und ihren Systemen. Wir verbinden euch mit den heiligen Orten dieses Planeten. Dadurch wird euer Bewusstsein erhöht. Wir aktivieren die Chakren des unteren Teils eures Körpers, die euch mit der Erde verbinden. Wir aktivieren die Lichtchakren, die sich unter eurem physischen Körper befinden. Wir überbringen euch die Weisheit und Kraft der Erde. Wir bringen euch Informationen, die eurer Seele helfen, sich an ihre Essenz und an ihre vergangenen Leben zu erinnern, in denen ihr in Einklang mit diesen Planeten und in Einklang mit den kosmischen Gesetzen gelebt habt. Wir helfen euch, euch von der Illusion eurer Wahrnehmung zu befreien. Wir helfen euch, euch von der Illusion eurer gedanken zu befreien. Wir helfen euch, euch von der Illusion eures Egos zu befreien Wir helfen euch, euer höheres Ich in eurem eigenen Ich zu finden Wir helfen euch, eure äußere Welt mit eurer inneren Welt zu verbinden Wir werden euch Informationen bringen, die wie ein Lebensstrom durch eure Adern fließen und die euch unsere Welt zeigen, lichtvoll, strahlend und göttlich Die Tore zu Gott wurden geöffnet Die Tore zu Gott in eurem Herzen wurde geöffnet Die Tore zum Verständnis eurer Gesamtexistenz wurden geöffnet Die Tore zu euch selbst wurden geöffnet Die Tore haben sich geöffnet und sie bleiben offen Eure positive Zukunft ist gesichert Für jeden von euch, der sich für eine positive Zukunft entscheidet Wir sind mit euch Wir sind in euren Herzen Wir sind in euren Gedanken Und wir sind in euren Herzen Vielen Dank.